So, zack. Ich liebe das Feuer. Hier sind schon wieder so viele. Guck dir das an. Da drüben sind so viele auf einmal, hier sind so viele auf einmal. Schieß mal, wenn du kannst auf diese scheiß Bogen schützen. Ach, da hinten? Ja. Und da hinten ist ein Eisenadler, das heißt, Mulan ist auch so. Du musst halt gucken. Manche können einen beschwören. Dann haben die auch so eine Flagge, wie der Adler da hinten. Der hat auch so eine Flagge. Okay. Der versucht immer auszuweichen, ne? Ja, der hat vielleicht keine Chance, ey. War das fies, dann Feuerfeil drüber zu schießen? Ja, pass auf. Von links. Ist mich runtergefallen? Oh, von einer Seite hoch. Jetzt sage ich doch schon wieder hier. Guck dir an, wie schnell die schon wieder hier sind. Es ist doch zum Kotzen. Das ist genau das, was ich meine. Oh, das ist wieder der Zwerg. Naja, das kannst du vergessen. Das ist eine Gilde. Das kannst du vergessen, ja. Der ist echt auer. Die machen die mit einem Schlag weg, die Barrikade, oder was? Das ist ein Clan. Glaub mir, dass das ein Clan ist. Vor allen Dingen die Bogenschütze verlangsamt. Und er, ähm... Lebst du noch? Ja, so halbwegs. Ich habe mich auch gerade geheilt. Das ist der Gifttyp. Guck, meine Pfeile treffen einfach gar nicht mal. Äh, so. Bleib am besten bei den anderen mit dran, ne? Weil ich habe keine Truppen mehr. Okay. Hast du nur einen? Nein, ja. Der bringt mir gar nichts. Da ist er dicke. Der Zwerg ist der Stimme. Versuch, den zu fokussen. Ja, ich habe früher keine Munition mehr. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und der Gifttyp ist dabei. Ja, ja, er hat mich natürlich gleich wieder getroffen. Oh, Kinamoni. Ja, Reiter, Reiter, Reiter. Ja, die dann auch noch. Guck mal, die haben noch zwei Reiter. Zwei Bohrenschützen, zwei Reiter. Wo kommen denn die alle her? Verstehst du? Geh nach oben, geh nach oben. Da können Reiter nicht hochreiten. Ja, ich habe keine Munition mehr. Nichts. Kannst du vergessen. Kann man nicht mal mehr schießen. Das bringt mir ja nichts. Und weil die Munition ist immer so weit weg. Ich kapiere das einfach nicht. Warum die Munition immer so weit weg ist. Guck mal, es sind noch zwei Bogenschütze und zwei Verteidiger noch von uns da. So. Rennen. Ich renne ja schon. Ja, ja, ich versuche hier noch. Mein Typ ist auch schon wieder irgendwo. Der steht noch in der Mitte rum. Ja, jetzt kommt er. Du musst sie auf Folgen machen. Du darfst sie nirgends so abstellen. Das ist doch bescheuert. Du darfst sie nicht abstellen. Ich stelle doch die nirgends so ab. Das ist doch der Witz. Ach nee, dann hast du so eine Truppe, die es automatisch macht. Ich komme jetzt auch zu dir. Ich versuche jetzt A einzunehmen. Wir hoffen, dass es klappt. Der Reiter ist ziemlich aua. Ich hole mir jetzt Pfeile, dass ich meinen Feuerbolzen schießen kann. In der Hoffnung, weil der Reiter ist echt aua. Der wollte mich töten, aber hat mich nicht gekriegt. Der versucht auch noch A einzunehmen, verstehst du? Guck mal. Oder doch nicht? Die Reiter sind da richtig festgefahren. Ja, ich probiere jetzt A einzunehmen. Also, theoretisch, wenn das klappt, dann dürfte man eigentlich gut vorankommen. Was denn hier liegen? Oh noch Typen rum? Ja, wenn die anderen getötet wurden. So. Ich nehme jetzt A ein. Gut, A gehört uns. Wir haben alle drei Flacken. Die kümmern sich gar nicht um die Flacken. Die kümmern sich überhaupt nicht um die Flacken. Ja, weil die uns wollen. Weil wir mehrere Lebende sind. Ja, aber guck mal, wie schnell wir Punkte kriegen. Ja, jetzt haben sie dich. Ja, lass sie doch. Lass sie doch. Wenn sie so weitermachen, dann haben sie eh Pech. Bleib da einfach eine Flagge stehen. Die wissen nicht, wo du bist. Doch, die wissen, wo ich bin. Die sehen das ja. Der andere hat sogar noch Leute. Anstatt die Flacken einzunehmen, ne? Lol. Ich guck grad bei den anderen zu, aber... Ne, ne, die haben zu tun, ne? Der soll die nur beschäftigen, mehr nicht. Wir könnten sogar gewinnen. Der soll die nur beschäftigen. Ja, da lebt ein Gift-Typ und, äh... Ja, jetzt haben sie es. One U und der eine Reiter. Los, 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 los. Die Punkte müssen schnell zusammen. Los, 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 los. Guck mal, wie langsam das geht, ne? Mit den Punkten. Die beschäftigen sich gar nicht mit der Flacke. Guck mal. Die verlieren das Ding noch, wenn die so weitermachen. Ja, weil du drinnen stehst. Die sind so dumm. Solange du drin stehst... Ja, guck mal, die kümmern sich nicht... Nicht mal um die Dinger. Gar nix. Ne, greif. Verloren. Tada! GG! Wie doof. Wie doof kann man sein? Ne, wenn du drinnen stehen bleibst, ähm... Geht schneller, ne? Ja. Ich mach nur eine, ja? Ja, eine schafft man nur, ja. Ja, der Hammer-Typ, der ist auch nicht schlecht, das stimmt. Aber... Ja, wer ist denn das? Das ist so ein Zwerg. Äh... Weiß nicht, das ist der Dicke hier, oder? Weiß ich nicht, wer das ist. Ähm... Store... Das müsste ein Nahkampfer sein, wa? Krieger. Ähm... Frederik? Ja, der hier, ne? Frederik. Ja, das kann sein. So, Delis haben wir auch geschafft. Super. So, da haben wir eigentlich unseren Soll heute erfüllt. Der hier, das ist der. Mobile Bogenschützen ruft sofort, ein Fernkampfeinheit mit vier präsentischen Armbrüsten mit Ding-Jings Standort. Aha, okay. Abmahnerangriff, Streitwagen. Ich denke, ich kann das hier einsammeln. Momentierte... Äh, warum ist denn hier so eine Scheiße da? Sparte. Ich denke, ich kann es hier einsammeln. Also, Nahkämpfer ist eben das, was ich am meisten habe, ne? Tägliche Aktivität. Bogenschützen habe ich echt nur zwei. Und Reiter habe ich auch nur zwei. Oh, was ist das für eine Map? Ich gehe nähen. Die Brücke halten, wa? Das ist ja eine schöne Map. Die Taube steht bei C auf, oder? Und dann gehen sie zu B. Also, die müssen hier sein. Ja, oh, genau. Dann gehe ich hier hin. Dann gehe ich auf jeden Fall hier hin. Ich weiß nicht, ob das geht. Also, die gehen, ja. Aber ob du da oben genug bist, weiß ich nicht. Hier ist ja auch eine Kante da. Ne, die könnten auch von links da. Ich glaube, das sind Berge. Ja, die könnten auch links auf den Berg drauf. Werden wir ganz schnell hoch da. Der, 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 wo wird nur hin? Ich denke, du wolltest zu A. Oh oh. Ich glaube, bei A kommen wieder Reiter und Bogenschützen. Definitiv. Ja, die Reiter rennen meistens am weitesten. Sie ist ja bei uns. Und die sind auch da oben drauf. Die nehmen bestimmt die Plattform. Definitiv. Ja, sage ich doch Reiter. Komm hier. Ah, ich habe doch schon gewusst. Oh, wieder so eine Scheiße. Aber dazu nicht gerechnet. Ja, der rennt einfach durch oder was, Alter? Sage ich doch, dass die da oben draufstehen. Habe ich es dir nicht gesagt? Ja. Und das ist so eine Scheiße-Einheit, also ich bin weg. Das ist diese Scheiße-Schießeinheit von der... Ja, die schießt doch nicht. Ah, scheiße. Ja, die hat meine Einheit schon total geblättet. Komplett. Komm runter am besten. Ich habe sie. Ich habe ihre Einheit tot gemacht. Also, so gut ist die Einheit doch nicht. Ich glaube, ich kaufe die doch nicht. Guck mal, zwei Pfeile hatte die gerade durch. Nieka, die Nieka kommt. Ja, ja. Zwei Pfeile hatte die von mir durch. Oh, die hat mich markiert. Die hat mich markiert, ja. Vergiss es. Die sind alle tot von uns. Nee, die sind alle in der Mitte. Ja. Das ist ein Schwachsinn. Die stehen ja nur rum. Alter. Die halten die Brücke, ne? Wo bist du? Tot. Ich bin tot. Was ist denn das da? Das ist eine Waffe. Warum ist da eine Waffe? Weiter, weiter. Wir haben lost an Objektiv. STRG. Oh, er steigt auch noch ab, Alter. Was ist dieses Symbol? Guck mal. Hier, Benutzer-ID Nieka. Die hat insgesamt 346 Schaden plus 214 gemacht. Also habe ich ein Leben von... 500 habe ich gerade mal ein Leben. 500. Ich gehe raus. Ich habe 500 Leben plus. Aha. Ja, bezieh das mal an. Verschwachsinnig. Die werden jetzt eh nicht vermetzelt. Meinst du? Ja. Bis jetzt stehen sie... Wir haben sogar drei Leute noch. Ja. Aber die Reitereinheiten, die wir haben, schaffen die nicht. Ach, weißt du doch nicht. Die sind ja noch nicht mal da, die Einheiten. Die drei Leute haben mich gerade gejagt. Drei. Ich wollte ja dahin rennen. Jetzt haben sie einen Reitereinheiten eingekesselt. Die zwei Reiter haben sie jetzt. Gut. Könnte noch gut werden. Na? Und die haut ab. Guckst du dir an, Alla. Super, ne? Ja, klar. Feige Sau. Die habe ich auch fast vorhin getötet. Die ist einfach abgehauen. Blöde Kuh. Da ist so ein scheiß Reiter reingerannt. Ja, ich hatte meine Einheiten ja schon verloren. Wie assi, Alla. Wie war die abhaut jetzt da? Das ist ein Mädchen. Sag doch schon alles. Renn um dein Leben. Wie schnell die schießt. Ah, aber der ist schneller. Guck mal. Wo der in voller Montur ist, ne? Tja. Jetzt hat sie verloren. Zack. Super. Die halten gut aus, muss man sagen, ne? Bei einem der, der, der Dings, der, der C war da. Der hält echt gut aus. Krass. Nöti. Ja, muss man gucken. Das nächste Mal. Wahrscheinlich 10, wer ist 10? Mal schauen. Mal schauen, was ich nicht schaffen. Wer schreibt mir dann? Hallo. Ja. Und dann? Ah. Du sprichst so häufig. Zack. 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 Siehst du das an der Seite? Die Level? Ja. Das dauert aber, ey. Warte mal. Warte, 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 warte. Ich kann eine Dauertspelle machen. Guck mal, jetzt. Das ist so geil. Tja. Aber Emotien gar nicht, siehst du? Doch. Heul. Geil, ne? Manche Emotien zählen. Weißt du, mit dem Blumen auf sich hat, verstehe ich nicht. Soll ich mal Logan in eine Gruppe lagen? Und dann machen wir noch eine Runde. Nein. Nein. Jetzt ist es spät. Er hätte die ganze Zeit mitspielen können. Ja, der war die ganze Zeit noch in Dings. Jetzt nochmal Rüstung. Was habe ich schon mit Rüstung? Eine Verteidigungsrüstung habe ich gekriegt. Okay. Na, die können eigentlich alle weg. Er hat gesagt, wenn er nicht in Gruppe ist, können wir ihn jederzeit einladen. Ja, war aber nicht gemacht. Ja, er war ja die ganze Zeit in eine Gruppe. Das nimmt man doch. Wenn er rot ist, ist er besetzt. Moment, 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 Moment. Also. Fernkampfangriff. Angriffsentfernung. Hey. Wie gesagt, eigentlich brauchen wir hier die Dinger. Aber man sieht nicht mal, welches Level du bist, ne? Wie? Muss man doch aber. Hier, und hier, wenn du auf Soziales gehst, ähm, nicht Soziales, ähm, auf Karriereprofil, dann kannst du auf Sozial klicken und da kannst du nachher beliebt und so rein machen. Ein Level, der beliebt hätte. Das sind alles Leute, mit denen du am meisten spielst. Okay. So, wieder. Ich habe wieder eine. Also, wenn du, wenn du in der Gilde bist, lad alles in der Freundesliste. 3,20. 3%, mache ich jetzt mehr Schaden. Also, wichtig. Und zerrissene Rüstung brauche ich auch. Aber ich mache erst mal rot. Eigentlich brauche ich nichts anderes eigentlich, ja? Kaufe neue Rüstung. Neue Rüstung bedeutet neue Kampf, die bestätigen von Kauf der Rüstung. Ah, okay. Rüstungsnahme. Rüstungsscherben. Okay. Na, gucken wir mal. Spezialangebote, bla, 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 bla. Aha. Hier gibt es Orangen Rosen, scharfer Skin. Okay. Zünne Orangen. Auferstehungstore. Was ist das alles? Das ist so viel Kuddelmuddel, ne? Oh, wenn du da jetzt auf Diamantenstor gehst. Ja. Dann geh mal auf zurück. Zurück. Ah, da brauchst du einen so großen, okay. Zurück. Ja. Und? Ach so. Ne, jetzt bist du ja da wieder raus. Ja, ich sollte doch zurück machen. Äh, und zwar auf Fahrt der Auferstehung. Und dann nur um auf Diamantenauferstehung. Ja, da war ich doch krö... Mann, ey. Ja, da hat er sich aufgehangen. Da tritt doch niemanden hier. Diamantenauferstehung, ja. So, und jetzt brauchst du dir für 2800 Diamanten da das Fünferpack. Ja, ich lasse es immer. Ach so. Und wenn du da so ein immer für 2800 kaufen. Wenn du wieder 2800 hast, nochmal. Und an der Seite kannst du das Paket annehmen. Aha. Jetzt haben wir nichts mehr. Hier musst du mal gucken, was du bekommen hast. Du hast ja eben einfach weitergeklickt. Anstatt du mal durch... Ja, keine Ahnung, der macht immer weiter hier. Ja, weil du von da gestartet bist. So, und jetzt? Geh mal raus. Zurück. Ja. Zurück. Zurück. Ja. Come on, you coward! Zurück. Ja, keine Ahnung, was er hier macht. Ja, zurück. Von da aus bist du gestartet. Alter. Da hast du keine Probleme mehr, hebt er die einfach auf. Nee. Einfach aufheben, bis du den Skin freischaltest, dann kriegst du Diamanten dafür. Okay. Also mach ich jetzt so. Ich behalte auch alle Testfiguren jetzt. Bis ich die selber mal freigekauft habe, dann löse ich die ein und krieg Diamanten für. Feines Viehfutter. Okay. Okay. Warte mal, wo waren das jetzt nochmal hier? Was? Helden Galerie, Rüstung hier. So. Okay. Platte kaufen. Ja, ich kann's nur das ganze Silber verballern, oder? Nee, kauf dir da Helden von. Warum? Weil es bessere gibt. Du musst auch eine gute Reitereinheit haben. Isabella, Gerald, Deng, Ei. Du sollst Hongzong kaufen. Hongzong. Hongzong. Hier der hier. Hongzong. Hongzong. Der Opa hier, oder was? Ja, der hat eine Reitereinheit. Die Dogen-Einheit. Ah, okay. Korkai, you are you jod. Und mal gucken, wie der ist, wenn du dir den leisten kannst. Ja, der will ich mir leisten. Hast du jetzt kaum? Ja. Ja, dann willst du mal testen? Nein. Und doch, komm, lass mal einmal testen. Ich will wissen, ob der gut ist. Ja, okay. Einmal machen wir, okay. So, dann nehme ich eine andere, dann nehme ich mal. Ich nehme mal Amonet. Als zum Testen. Ich wollte immer einen anderen testen. Einmal machen wir und dann... Ich teste mal Amonet, weil, ähm, dann eigentlich... Dann haben wir mal... Einmal noch und dann ist aber wirklich Schluss hier. Ja, ich muss um fünf wieder raus hier. Die Frau sagt immer, wach, mach mal. Einmal noch, einmal noch, einmal noch. Und morgen geht es um fünf hier. Äh, äh. Ist so eine Leiche. Ich habe euch noch nicht geschlafen. Seit um fünf bin ich wach. Guckt euch meine Augen an, wie die Klubschis aussehen. Wie hat mal einer gesagt? Ich habe mehr Ringe wie, wie, wie Audi, ey. Nein. Guck mal, dass die Kamera schafft es nicht mehr. Uh. Mehr Ringe wie Audi? What the fuck, ey. Hat mal einer gesagt. Den Spruch habe ich geklaut. Aber den fand ich so gut. Los, mach hin hier. Jetzt will keiner mehr spielen, weißt du. Siehste? Die haben das alle... Die haben alle gerade im Stream zugeschaut. Haben gesehen. Okay, wir streamen das. Jetzt geht da keiner mehr rein. Weil wir ins Bett müssen. Ne, Ams wird es echt immer schwieriger. Ja. Äh. Stork. Nicht mehr eigentlich schon Helden leisten. Wie viele Helden Scherben habe ich drin eigentlich. Trotzdem kann ich mir jetzt eigentlich Scherben kaufen, oder nicht? 40. Ich kann mir für 40 einen kaufen. Ah, jetzt geht's. Ah, wieder unsere schöne Map. Gehst du da hoch? Ja, ich gehe da hoch. Ähm. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wie heißt er? Ich hole... Hojang Song. Hojang Song. Hojang Song, ja. Ach, Hojang Song. Hojang Song. Hojang Song. Hojang Song. Hojang Song. Das ist japanisch. Wie ein japaner. Wer gibt die so einen Namen? Hojang Song. Der Typ ist so zum Kotzen in Dings, ne? In Deines T-Legends. Hojang Song? Hat der auch einen Bogen? Ja, der ist so ein Kotzen. Cool. Ah, das ist der einzige Momentan. Also jetzt ist es, glaube ich, sehr vorteilhaft hier mit einem Bogen. Beritt den Bogenschützen zu latschen, oder? Naja. Naja. Ich teste die ja nur aus. Genau. Hallo, ich teste auch gerade hier eine neue Frau. Also eigentlich wäre es sinnvoll, wenn ich wirklich... Oh, die hat nur zwölf Einheiten. Wenn ich eigentlich von hinten komme, oder? Wäre das sinnvoll? Ja, kannst du von hinten kommen. Zieht eure Klingen. Zieht eure Böhen. Ich bin froh. Ich bin froh. Kann ich nicht einfach überrennen? Nein, kann ich nicht. Scheiße. War eine doofe Idee. Oh, Amunet schießt Gift. Echt? War gut. Will den wiederbeleben, wa? Will den wiederbeleben. Amunet ist vielleicht auch nicht schlecht, ich schießt Gift. Gut, die ist erledigt. Du kannst halt mit deiner Einheit schön abhauen, ne? Da oben steht ein Bogenschütze. Ja, sie ist fast tot. Ah, hab keine Dings mehr. Ich hab keine Dings mehr. Ne, die anderen sind alle tot. Kannst du doch... Wie alle tot? Ja, töte die doch. Sufti beleben sich wieder. Kannst auch absteigen denn nachher. Hä? Du treff' ich den nicht. Zack. Ich steig ab und töte ihn. Alle tot? Ja, du musst hier jetzt alle Köpfe dahinten... Kann ich nicht absteigen? Äh, irgendwo ist ein Knopf, wo einfach... Teste. Kann ich absteigen? Doch. Nein, kann ich nicht. Hä? Ja, lol. Doch, du kannst absteigen. Musst du mal die Reiterquests machen. Ey, wollt ihr mich jetzt verarschen? Jetzt haben die meine ganzen Einheiten gekillt, oder was? Das ist doch wohl ein Witz. Dann Barechen verarschen. Chestanimapse. Ich sehe tan über die Reiterung nicht ab und dreht alles. Tschüss. Und homepage Jochen. es gibt dann auch noch ein spesajogen. Ich sage auf meinem Zupfone. ğlu und relationships. Bitte, ich habe мяс does. Ich kann stre Shapeen zu arbeiten und điềuleuen. Ich freue mich. Ich freue mich. Vielen Dank. Vielen Dank.